Hey Leute, heute ein Nerdy Talk Video. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Erstmal wieder vielen Dank nach Berlin für die tollen Logos. Ihr seht heute sprechen wir so ein bisschen über Radsport und Laktatkinetik im Radsport. Und unten rechts das Puzzleteil soll im Grunde so ein bisschen zeigen, dass das ein Puzzleteil sein kann, das irgendwie ganz wichtig ist in der Gesamtbetrachtung von Training. Und das schauen wir uns heute mal an. Also Laktataufbau und Abbau und insgesamt so ein bisschen Laktatkinetik. Also ab in die Präsi. Ich habe wieder so ein paar Fallbeispiele mitgenommen oder mitgebracht. Und ihr kennt ja jetzt schon so ein bisschen die Struktur. Heute ist das Diagramm aber mal ein anderes. Und wer nochmal ein bisschen Hintergründe zur Stoffwechselsimulation oder zur Modulation sich anschauen will, der kann ja auch nochmal das Schwellenvideo, also die anaerobe Schwelle, das Video auf unserem Channel dazu, nochmal anschauen, weil das im Grunde ganz interessant ist, weil da die ganzen Hintergründe auch nochmal erklärt werden. Hier ist es so, dass wir auf der x-Achse die Leistung haben, in Watt natürlich, und auf der y-Achse die Laktataufbau oder Abbau in Millimol pro Liter pro Minute. Also im Blau bauen wir erst einmal unterhalb der Schwelle. Die Schwelle ist quasi hier an diesem Nullpunkt, quasi an diesem Schnittpunkt mit der x-Achse. Bauen wir erst einmal Laktat ab. Und dann das Rote hier ist natürlich dann der Laktataufbau. Das heißt, oberhalb der Schwelle baut ihr im Grunde nur noch Laktat auf. Also im Grunde bauen wir immer Laktat auf und ab. Aber netto, was passiert, heißt im Grunde nur, sinkt die Laktatkonzentration von einem Ausgangsniveau oder steigt sie wieder. Das pendelt sich wiederum auch ein. Das habe ich damals ja erklärt, aufgrund des Energiebedarfs, vor allem der ADP-Konzentration und so weiter. Guckt euch das bitte alles nochmal in dem anderen Video an. Aber im Grunde ist es dann so, dass wir hier also an diesem Nullpunkt die Schwelle haben, darunter eher die Fähigkeit haben, Laktat abzubauen und darüber Laktat aufzubauen. Und was wir jetzt hier sehen, ist wieder unser typischer PA-Athlet, also eine 57,5er Aufnahme, eine 0,55er Rate, 75 Kilo, 12,5% Körperfett, eine Schwelle von 260 Watt und damit, und das sehen wir dann hier, eine maximale Laktatabbaurate von um und bei 0,62, sagen wir mal 0,6 Milliliter pro Liter pro Minute, muss das heißen, nicht pro Sekunde, kleiner Tippfehler hier. Und dazu der gleiche Aufbau, also 0,6 Millimol pro Liter pro Minute, den hat der Athlet hier analog dazu bei 282 Watt. Was können wir jetzt damit machen? Also überlegt euch mal, ihr fahrt ein Klassiker, 4x4 Minuten, kennt ihr ja schon, unsere Programme zum Beispiel auch. Also das Ganze passiert jetzt hier auch, also funktioniert nur so wirklich, also hier in dem Prinzip bei den E-Bs. Also der Athlet hier fährt bei 282 Watt, 4 Minuten, baut also 2,4, sagen wir mal um und bei 2,5 Milliliter Laktat, Milliliter, Millimol pro Liter Laktat auf. Meine Güte, heute sind es viele Einheiten. So, das heißt, wenn der Athlet dann gleichzeitig wiederum 4 Minuten unterhalb der Schwelle in diesem Bereich hier, also dort, wo der Laktatabbau am größten ist, man muss ganz ehrlich sagen, aus der Praxis wissen wir, dass es leicht darunter ist, also eher hier in diesem Bereich, dann kommt er im Grunde wieder, hoffentlich der Theorie nach, bei 0 raus, also beim Ausgangsniveau. Also diese 2,5 Millimol, die man vorher aufgebaut hat, kann man dann wiederum abbauen. Und daraus kann man ja eigentlich ein ganz schönes Rechenexempel machen. Das heißt, man überlegt sich, wie intensiv kann jemand ein E-B fahren, ohne aber dann, sag ich mal, die viermalen nicht zu schaffen. Beziehungsweise wie muss die Pause sein, weil wir wissen auch, das sieht man ja hier ganz nett, wenn der Athlet jetzt plötzlich nur noch 100 Watt fahren würde oder noch schlimmer eine passive Pause machen würde, dann wäre der Laktatabbau nicht so hoch wie in dieser klassischen aktiven Pause, die hier optimalerweise, würde ich jetzt mal sagen, bei 150 Watt statt diesem Maximum hier liegen würde. Also immer ein Wechsel zwischen 280, vielleicht sogar 300 Watt und diesen 150 Watt. Also das wäre eine schöne Intervallsteuerung. Und jetzt kann man natürlich ein bisschen spielen. Man kann natürlich sagen, okay, man fährt fünf Minuten plötzlich und nur drei Minuten Pause. Und das kann man eigentlich ganz gut berechnen, ob das dann wirklich klappt. Oder auch, okay, man will gar nicht so den intensiven Ultra-Reiz in Anführungszeichen setzen, sondern man fährt zum Beispiel fünf mal drei Minuten, hat man ja auch eine Viertelstunde Belastungszeit im V2Max-Bereich, zumindest was die Leistung angeht, und dann fünf Minuten Pause. Dann weiß man, okay, dieses Programm kann man auf jeden Fall schaffen. Und für euch halt auch echt irgendwie ganz, ganz spannend. Man kann darüber natürlich auch Intervallprogramme laktatgesteuert aufbauen. Also man könnte jetzt als Beispiel diese fünf mal drei mit fünf Minuten Pause machen. Dann macht man vielleicht vier mal vier mit vier Minuten Pause. Und dann fährt man fünf Minuten Intervalle nur mit drei Minuten Pause. Das ist natürlich schon hart. Und das ist natürlich im Grunde auch so ein bisschen das, was man dann in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder rumfindet. Also verschiedene Intervallformen im Sinne der Be- und Entlastung. Also eins-zu-eins-Pause zur Belastung, also fünf Minuten Belastung, fünf Minuten Entlastung oder fünf Minuten Belastung mit zweieinhalb Minuten Entlastung. Aber das kennt ihr aus unserem Programm, das sind ja auch viele aus diesen norwegischen Studien. Das wird sehr, sehr intensiv und so kann man sich ein bisschen da herantasten. Interessant ist natürlich jetzt auch hier das Ganze sehr individuell zu betrachten. Also auf Basis dieser Daten. Weil was passiert, wenn der gleiche Athlet seine Fauler Max reduzieren würde? Die Schwelle steigt plötzlich. Er hat auch eine höhere Möglichkeit, Laktat abzubauen. Also um ungefähr 0,2 Liter, 0,2 Millimol pro Liter pro Minute. Sorry, der Federschleie setzt sich hier fort. Und gleichzeitig hat er analog dazu den Abbau bei 305 Watt. Aber was wir auch sehen ist, im Verhältnis steigt diese Kurve hier nach der Schwelle, also nach diesem Nullpunkt deutlicher an als eben. Also im Vergleich nochmal, das ist ja hier etwas bauchiger, etwas runder als hier. Hier ist es ja fast schon eine Gerade. Das heißt, Athleten oder Athletinnen mit einer niedrigen Fauler Max tun sich eigentlich sehr schwer, hochintensiv zu trainieren. Also sehr, sehr spannend. Also Leute sehen wir auch gleich mit einer höheren Fauler Max, also gut anaerob trainiert, könnte man ja auch irgendwie mal sagen, also positiv assoziiert, tun sich da deutlich leichter. Beobachten wir auch immer wieder bei Athleten mit einer hohen Fauler Max, die haben eigentlich nie Probleme damit Hit-Training zu machen. Leute mit einer niedrigen Fauler Max haben eben das Problem und deswegen sind da diese Prozentangaben bei uns auch immer in dieser Range. Also wenn wir ja EBs angeben, dann geben wir da glaube ich 105 bis 110 bis 115 Prozent an. Und diese Range basiert eigentlich daraus, dass wir sagen, okay, das muss ja irgendwie Leute treffen, die eine niedrige Fauler Max haben und auch Leute, die eine hohe Fauler Max haben. Also das vielleicht zur Erklärung, warum wir das so machen bei Training Peaks. Das war mir das mal ganz wichtig, deswegen habe ich das hier auch mitgebracht. Schauen wir uns an, wenn der Athlet hier nochmal von dem Niveau, also von dem Fallbeispiel 1, Ausgangsniveau, jetzt seine Fauler Max steigert auf 62,5, dann steigt die Schwelle plötzlich auf 290 Watt, wunderbar. Abbaurate ist 0,7, ist nicht ganz so hoch übrigens, wie wenn man eine niedrigere Rate hat. Und analoger Aufbau dazu 315 Watt. Also habt ihr eine höhere Fauler Max bei der gleichen Rate, habt ihr erst einmal die Möglichkeit, auf jeden Fall intensiver zu trainieren, also zumindest von der absoluten Leistung her. Und umso höher die Rate, und das sehen wir ja hier im ganz klaren Beispiel 0,3, 0,5, umso höher die Rate, desto leichter fällt euch das. Hier sehen wir das ja auch nochmal, intensiver zu trainieren. Man könnte auch sagen, Leute mit einer niedrigen Fauler Max schöpfen ja auch ihre Fauler Max schon entsprechend hoch aus. Das heißt, es reicht teilweise bei Leuten, die eine niedrige Fauler Max haben, um und bei an der Schwelle zu trainieren, da wo man ja klassischerweise auch vielleicht in Deutschland so den EB vielleicht betrachten würde, dort trainiert, weil man schon echt viel Sauerstoff auch umsetzt und sehr intensiv individuell betrachtet, schon trainiert. Also deswegen immer so die Ranges bei uns, da müsst ihr natürlich immer so ein bisschen gucken, okay, was seid ihr für ein Typ? Tut ihr euch sehr, sehr schwer. Ich weiß natürlich, dass das, ihr wollt immer sehr intensiv trainieren. Immer bei 115% oder bei 135% bei den IEs. Aber ihr müsst eigentlich betrachten, dass es für euch individuell aufgrund eurer Physiologie, und wenn ihr, ich gucke mir ja wahrscheinlich viele Ironman Athleten auch zu, eine niedrige Fauler Max habt, dann ist das für euch wahrscheinlich auch nicht immer möglich. Rein physiologisch. Ihr wollt dann zwar immer in der Upper Range trainieren, aber rein physiologisch müsst ihr das gar nicht und könnt ihr es vielleicht auch gar nicht. Also deswegen möchte ich euch einfach hier heute mal die Message mitgeben, als Ironman Athleten, macht euch da keinen Stress, das ist ganz normal. Trainiert lieber mal etwas niedriger in dieser Range, bei 105% zum Beispiel bei den EBs. Steuert dann damit eure Intervalle etwas aus, ihr könnt die auch immer noch mal etwas modifizieren. Und dann habt ihr wahrscheinlich mehr Spaß, entwickelt euch genauso oder vielleicht sogar noch besser, als wenn ihr zu intensiv trainieren würdet und müsst nicht so viel leiden. Also schaltet da mal euer Ego ein bisschen aus und dafür eure Köpfe ein bisschen mehr ein. Jetzt habt ihr wieder viel Wissen dafür, wie ihr das vielleicht noch besser machen könnt. Und dementsprechend wünsche ich euch demnächst viel Spaß, wenn ihr hoffentlich nicht mehr so viel leiden müsst. Also wenn euch das gefallen hat hier, also das war jetzt so das dritte Nerd Talk Video, dann gebt einen Daumen hoch. Alle Fragen dazu auf jeden Fall in die drunter Kommis, sagt man glaube ich heute. Und ein Abo lasst ihr sowieso da. Also bis demnächst. Ciao.